Jetzt geht's weiter in unserem Programm. Ich wurde eben auf der Demo gefragt, wie kann man sich denn wenigstens ein bisschen schützen? Und ich hab ein paar Flyer mitgebracht. Da steht so ein bisschen was drin. Also Nerds wissen, wie es besser geht, aber das ist so ein Einsteigerprogramm für Leute. Dann die Frage, wie ich habe vorhin einen Eimer verteilt, die mit Geld gefüllt zurückgebracht werden sollten. Das wird jetzt mal langsam Zeit, dass die Eimer zurückkommen. Und jeder kann auch nochmal nachführen, ob er auch wirklich alles Geld aus seinen Taschen in die Eimer reingelegt hat. Ich hoffe, dass euch das nicht ärgern wird. Aber wir sind von der Polizei sehr gelobt worden. Und da muss ich auch einfach mal sagen, danke auch an die Polizei, dass sie sich sehr, sehr zurückhaltend war, gar nicht groß aufgetaucht ist. Und ich hoffe, die wenigen Zivilbeamten, die bei der Antifa mitgelaufen sind, sind dann auch noch abgezogen worden. Schön toll, wenn man seine Beamten kennt. Vielen Dank an Bandern, Tacheko.